Wie wird wohl unsere Zukunft aussehen? Welche Themen werden in 10 oder 20 Jahren hochaktuell sein? Für Auktionäre ist die Antwort sehr wichtig. Wer clever investiert, kann überdurchschnittlich von Trends profitieren. Deshalb stelle ich dir in diesem Video 5 Megatrends der Zukunft vor. Zu jedem Trend gibt es passende ETFs oder Aktien. Je nachdem, was sich für die Branche gerade anbietet. Alle Inhalte sind meine persönliche Meinung und können falsch sein. Dieses Video stellt keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf eines Finanzprodukts dar. Seit 1998 arbeitet das Zukunftsinstitut an der Forschung von künftigen Trends. Das Institut hat ein sehr spannendes Dokument veröffentlicht. In der Megatrend-Map siehst du zahlreiche Zukunftstrends. Ich musste die Karte stark verkleinern, um sie voll aufs Bild zu bekommen. Schauen wir uns einen Teil der Map an. Im Großformat kann man kaum etwas lesen. Es sind viel zu viele Informationen. Das Zukunftsinstitut benennt diese eine Meinung nach relevanten Megatrends. Dazu zählen Trends wie Gesundheit, Globalisierung, Individualisierung oder New Work. Sagen wir, ein Aktionär findet Individualisierung spannend. Dann kann er sich den Pfad ansehen und spannende Punkte herauspicken. Ich habe einmal die Single-Gesellschaft markiert. Unser Aktionär muss nur nachdenken, welche Unternehmen sinnvolle Produkte anbieten. In einer Single-Gesellschaft wird mehr geflirtet. Logisch, es gibt weniger feste Beziehungen. Dating-Portale wären eine mögliche Option. Dann könnte man sich Aktien wie die Match Group herauspicken. Das Unternehmen betreibt Tinder und viele weitere Dating-Apps. Ich würde mir 5 bis 10 Aktien aus der Single-Branche heraussuchen. Aus diesem Korb würde ich 2 bis 3 Kandidaten ermitteln. Langfristig ist es sinnvoll, sein Kapital auf mehrere Aktien zu streuen. Außer du möchtest nur eine kleinere Summe wie 200 oder 300 Euro investieren. Ich könnte jetzt die Megatrends zum Zukunftsinstitut herausschreiben. Es wäre aber einfach nur blindes Copy & Paste. Außerdem kann auch das Institut falsch liegen. An der Börse solltest du dir immer eigene Gedanken machen und niemals der breiten Masse folgen. Deshalb habe ich mir mein eigenes Zukunftsportfolio zusammengestellt. Mein erster Megatrend heißt Wasser. Dabei geht es um weit mehr als den reinen Besitz. 71% der Erdoberfläche ist mit Wasser bedeckt. Aber dieses Wasser muss irgendwie zum Verbraucher gelangen. Nicht überall kommt es wie in Deutschland bequemmersten Wasserhahn. Außerdem gibt es vor allem in Schwellenländern qualitative Probleme. Das Wasser sollte schließlich auch trinkbar sein. Wenn du irgendwo alleine im Meer auf dem Schlauchboot herumtreibst, bringt dir das ganze Meereswasser auch wenig. Du verdurstest. Deshalb geht es bei diesem Megatrend auch um die Wasseraufbereitung. In diesem Trend spielt die Urbanisierung eine wichtige Rolle. Immer mehr Menschen zieht es in die Stadt und die müssen irgendwie versorgt werden. Wasser wird nicht nur zum Trinken benötigt. Wir duschen unten diese Ressource und spülen sie die Toilette runter. Und die Industrie ist ebenfalls darauf angewiesen. Allerdings wird Wasser immer knapper. Diese Studie zeigt, wie kritisch es im Jahr 2040 aussehen könnte. Das sind nur 20 Jahre von heute aus betrachtet. Für langfristige Investoren ist das ein normaler Anlagezeitraum. Deshalb ist Wasser ein cleveres Investment. In China soll es Versorgungsengpässe von 40 bis 80 Prozent geben. Selbst in Deutschland sollen die Engpässe auf 10 bis 20 Prozent ansteigen. Heute kann man sich bei uns Wassermangel kaum vorstellen. In Frankreich sollen es sogar über 20 Prozent sein. Deshalb ist Wasser mein erster Megatrend. Als ETF habe ich den iShares Global Water herausgesucht. Der Fonds hat eine Größe von über 600 Millionen Euro, was für eine Nische wie Wasser ordentlich ist. Mit rund 47 Prozent liegt der Fokus auf den USA. An zweiter Stelle folgt Europa als Kontinent. Ich finde die Aufteilung sinnvoll. Wenn es um Trends geht, hört man überall nur Millennials. Die junge Generation geht für Klimaschutz auf die Straße. Künftig wird der Begriff Silver Society immer öfters auftauchen. Darunter versteht man die immer älter werdende Gesellschaft. Das ist der demografischen Entwicklung geschuldet. Die Bevölkerung wird immer älter. Das gilt aber nicht für alle Staaten. In ärmeren Regionen haben wir junge Bevölkerungsstrukturen. In reichen Staaten wie Deutschland sieht die Lage anders aus. Die Altersstruktur verschiebt sich nach oben. 1950 gab es mehr 10-Jährige als 80-Jährige. Bereits 2017 hat sich dieses Verhältnis umgedreht. 2060 wandern die Altersgruppen nochmals ein Stück nach oben. An diesem Schaubild zeigt sich auch das künftige Problem unseres Rentensystems. Immer weniger junge Menschen müssen sich um immer mehr Rentner kümmern. Das wird unser Rentensystem zwangsläufig belasten. Deshalb ist es wichtig, dass du dich rechtzeitig um deine Altersvorsorge kümmerst. Das geht zum Beispiel mit Aktien oder ETFs. Bereits heute müssen einige Rentner ihr Einkommen mit 450 Euro Jobs aufstocken. Unten in der Beschreibung habe ich dir meinen Top Broker verlinkt. Da kannst du ganz bequem einen ETF-Sparplan ab 25 Euro einrichten oder günstig Aktien kaufen. Es gibt sogar viele ETFs ganz ohne Ordergebühren. Du kannst dort die vorgestellten ETFs und Aktien aus diesem Video kaufen. Also klick rein. Aktuell haben wir in Deutschland 18,1 Millionen Senioren. 2040 sollen es 23,2 Millionen Personen sein. Wie beim Wasser ist das ein überschaubarer Zeitrahmen. Für ETF-Anleger eine völlig normale Anlagedauer. Aus dieser Entwicklung kann man mehrere Trends ableiten. Ältere Menschen benötigen mehr Medikamente und eine intensivere Pflege. Allerdings ergeben sich auch weitere Trends. Die Rentner der vergangenen Jahrzehnte wünschten sich eher Ruhe im Ruhestand. Die moderne Silver Society tickt jedoch anders. Sie ist mehr auf Trab. Diese Menschen möchten mehr arbeiten und wünschen sich gerade keine Ruhe. Sie möchten mehr herumreisen. Selbst im hohen Alter wünscht sich die Silver Society viel Aktivität. Früher galten 50 bis 60 Jahre als alt. Heutzutage fühlen sich viele Europäer mit 50 Jahren noch im mittleren Alter. Passend dazu dieses Bild eines vitalen Rentners, der ein Selfie von sich schießt. Das Magazin der Börse Frankfurt bringt es auf den Punkt. Best-Ager sind qualitätsbewusst, konsumfreudig, wissbegierig, aktiv, selbstbewusst und haben vor allen Dingen eines. Ausreichend Kapital, das ihnen zum Konsum zur Verfügung steht. Als Aktionär kannst du von diesem Kapital profitieren. In erster Linie werden Pharmakonzerne die strahlenden Gewinner sein. Generell ist die Gesundheitsbranche im Hinblick auf diesen Trend extrem interessant. Wenn du mehr Risiko wünschst, musst du ein bisschen um die Ecke denken. Künftige Rentner werden voraussichtlich mehr reisen. Im hohen Alter wünscht man sich jedoch mehr Luxus. Eine Rucksack-Tour kommt eher für jüngere Studenten in Frage. Ältere Menschen wünschen sich Komfort. Und genau diesen Komfort können ihn Reiseveranstalter mit All-Inclusive-Touren bieten. Das könnte etwa eine Kreuzfahrt durch die Ostsee sein. Bis 2026 sollen zahlreiche weitere Kreuzfahrtschiffe gebaut werden. Die Branche befindet sich momentan auf einem Hochpunkt. Meiner Meinung nach sind Kreuzfahrten für Rentner bestens geeignet. Per Stift können zahlreiche Städte bequem erreicht werden. Außerdem werden vor Ort organisierte Touren angeboten. Der Urlauber braucht sich um gar nichts zu kümmern. Bereits heute sind Kreuzfahrten bei Rentnern sehr beliebt. Das könnte sich in Zukunft noch weiter steigern. Carnival ist eine interessante Kreuzfahrtaktie. Das Unternehmen betreibt zum Beispiel AIDA Cruises. Der Kreuzfahrttourismus ist nur ein Beispiel. Dass alte Menschen mit Pflege benötigen, liegt auf der Hand. Wenn du mit mehr Risiko investieren möchtest, kannst du so wie am Kreuzfahrtbeispiel denken. Kommen wir nun zum Silver Society ETF. Hier habe ich den iShares Aging Population herausgesucht. Der ETF konzentriert sich auf Produkte und Dienstleistungen für die alternde Weltbevölkerung. Das Gesundheitswesen steht mit 40% an erster Stelle. Das ist auch sinnvoll, wie ich gerade erklärt habe. Gesundheit ist und bleibt im hohen Alter das Thema Nummer 1. Dies wird sich zu unseren Lebzeiten nicht ändern. Ansonsten ist der ETF relativ breit in andere Branchen wie Immobilien, Konsumgüter oder Finanzen gestreut. Der Silver Society steht viel Geld zur Verfügung, da sie auch gerne ausgeben möchte. Das Kapital landet nicht nur im Altersheim. Deshalb habe ich mich nicht für einen reinen Gesundheits-ETF entschieden. Der nächste Megatrend ist traurig. Ähnlich traurig wie die Wasserknappheit. Aber Wasser wird nun einmal benötigt. Bei Müll sieht es jedoch ganz anders aus. Lebensmittelkonzerne lassen ihre Produkte mit unnötiger Verpackung groß erscheinen. So entsteht Plastikmüll, der die Weltmeere belastet. Vor allem in ärmeren Ländern landet diese Müll am Straßenrand oder wird umweltschädlich verbrannt. Es ist zwar traurig, aber Müll ist leider leider ein echter Megatrend. Die Weltbevölkerung wächst rasant an. Dementsprechend wird es immer mehr Müll geben. Immerhin gibt es ein kleines Trostpflaster. So langsam wird etwas gegen unnötigen Müll wie Plastikverpackungen unternommen. In diesen Ländern ist Plastik in irgendeiner Form verboten. In Frankreich herrscht ein Einmal-Plastiktüten-Verbot in Supermärkten. Estland gestaltet ebenfalls keine Einmal-Plastiktüten. In Neuseeland sind auch keine Einweg-Plastiktüten erlaubt. Müll hat großes Zukunftspotenzial. In Schwellenländern fehlt es an Kanalisation. Das Abfallmanagement an sich muss dort erst gebaut werden. Außerdem gibt es versteckte Geschäftsbereiche wie Plastiktütenersatz oder die Herstellung von Mehrwegautomaten. Doch für uns Anleger gibt es ein weiteres Problem. Es existiert noch kein einziger reiner Müll-ITF. Ich konnte nur einen aktiv gemanagten Fonds entdecken. Doch der Fonds hat einen gewaltigen Nachteil. Die laufenden Kosten liegen bei 1,95%. Jedes Jahr zahlst du rund 2% an Gebühren. Das muss nicht sein. Der Kurs hat sich zwar bisher ganz gut entwickelt. Ich persönlich halte jedoch wenig von aktivem Fonds. Du kannst den Umweg über einen Nachhaltigkeitsfonds gehen. Darin sind nachhaltig denkende Unternehmen enthalten. Das ist aber irgendwie auch nicht das Gelbe vom Ei. Ich persönlich würde in diesen Megatrend per Einzelaktie investieren. Natürlich nicht in ein einziges Unternehmen. Es wäre viel zu spekulativ. Ich würde mir einfach einen Korb aus 3 bis 5 Müllaktien zusammenstellen. Hierfür zeige ich dir jetzt einige wichtige Branchenvertreter. Waste Management ist der Star der Müllszene. Der Aktienkurs ist mehr als überzeugend. Bill Gates ist übrigens in diese Aktie investiert. Er hält rund 3,4% der Anteile. Waste Connections ist eine weitere beliebte Müllaktie. Das kanadische Unternehmen ist ebenfalls in Nordamerika aktiv. Beide Unternehmen profitieren von einem aktuellen Trend. Immer mehr Länder weigern sich, den Müll anderer Staaten aufzunehmen. Das gilt besonders für ehemalige asiatische Müllhalden. Vor einigen Monaten hat Malaysia 3000 Tonnen Abfall an reiche Staaten zurückgeschickt. Inzwischen wird das Müllproblem in ärmeren Ländern erkannt. Davon profitieren Müllunternehmen in reichen Staaten. Die Nachfrage erhöht sich, da billige Müllkippen im günstigen Ausland wegfallen. Niemand möchte, dass seine Daten in fremde Hände gelangen. Cyber Security ist die Antwort auf diese Frage. Aber was genau macht digitale Sicherheit zum Megatrend? Es sind Zukunftstechnologien wie das autonome Fahren. Hackt jemand deinen Computer, ist das nervig. Im schlimmsten Fall gelangt der Hacker an deine Bankdaten. Das sind schlimme Einzelfälle. Beim autonom Fahren geht es jedoch um echte Menschenleben. Da darf sich wirklich niemand einhacken können. Die Cyber Security muss stets auf der höchsten Stufe sein. Das kostet Geld, wovon Sicherheitsanbieter profitieren. Dieses Schaubild zeigt, wie wichtig digitale Sicherheit ist. Durch Cyberattacken entgehen Unternehmen Umsätze in Milliardenhöhe. Die Grafik bezieht sich auf die Umsatzeinbußen in den nächsten 5 Jahren. In der Automobilindustrie sollen es 505 Milliarden US-Dollar sein. Selbst der Einzelhandel ist mit 340 Milliarden Dollar betroffen. Spitzenreiter für Cyberangriffe ist die Hightech-Branche mit 753 Milliarden US-Dollar. Insgesamt summieren sich die Umsatzeinbußen auf 5200 Milliarden US-Dollar. Cyber Security erfordert mehr Maßnahmen, als einen kostenfreien Virenblocker zu installieren. Bereits jetzt spielt Datensicherheit eine zentrale Rolle. Unternehmen möchten und müssen ihre Daten gegen Diebstahl schützen. Kommt es zu Datenklau, schlägt es medial große Wellen. Kunden fühlen sich nicht mehr sicher und können Gelder abziehen. Handelt es sich um einen Zahlungsdienstleister, geht wertvolles Vertrauen verloren. Staatliche Behörden müssen sich ebenfalls vor Hackern schützen. Immer mehr Daten werden online erhoben. Die elektronische Steuerklärung des Größen. Man stelle sich vor, irgendein Hacker würde in diese Daten gelangen. Deshalb nimmt Cyber Security künftig eine immer wichtigere Rolle ein. Der iShares Digital Security setzt auf digitale Sicherheit. Wie bei IT-leistigen ETFs üblich, liegt der Fokus auf den USA. Der Rest teilt sich vor allem auf asiatische Länder und die Eurozone auf. Mein letzter Megatrend ist Fisch. Ich sehe hierfür zwei Gründe. Erstens, die Weltmeere sind stark überfischt. Und zweitens, Fisch gilt bei Fitnessfans als gesund. Das liegt am hohen Omega-3-Gehalt. Die Grafik zeigt, wie schlecht es um die Fischbestände bestellt ist. 1950 gab es noch ausreichend Reserven. Nur 30 Jahre später waren bereits 39% der Fischarten überfischt. 2006 stieg diese Quote auf 87%. Heute sieht es noch schlimmer aus. Aus diesem Grund setzen einige Unternehmen auf Zuchtfisch. Aus ethischen Gründen ist diese Methode durchaus fraglich. Es gelten die gleichen Kritikpunkte wie bei der Massentierhaltung von Hühnern oder Schweinen. Allerdings ist Zuchtfisch eine sinnvolle Alternative zur weltweiten Überfischung. Es ergibt sich nur ein Problem. Momentan existieren keine sinnvollen ETFs zur Fischbranche. Es ist dasselbe Problem wie bei der Müllbranche. Deshalb stelle ich dir auch hier einige interessante Aktien aus der Branche vor. Du kannst die Unternehmen als Inspiration ansehen und dir einen eigenen Investmentkorb zusammenstellen. Movi ist der größte Zuchtlachskonzern der Welt. Das norwegische Unternehmen zahlt eine attraktive Dividende. Es ist weltweit tätig, weshalb es für mich die spannendste Fischaktie ist. Eine weitere interessante Fischfarm ist Salma. Es handelt sich wieder um ein norwegisches Unternehmen. Generell ist Norwegen bei Fisch aus Aquakulturen führend. Die Aktie ist volatiler als Movi. Salma hält 100 Lizenzen für Fischzucht in Norwegen. Meine dritte und letzte Fischaktie aus Norwegen ist Leroy Seafood. Das Geschäftskonzept ist ähnlich wie das der unteren Farmen. Lediglich die Dividende fällt niedriger aus. Mit diesen drei Aktien ist man im Weltmarkt stark aufgestellt. Das waren meine 5 Megatrends. Du siehst größere Chancen in anderen Trends? Dann schreib doch bitte unten einen Kommentar und erzähl der Community davon. Abonniere meinen Kanal, falls du das so nicht getan hast. Like das Video, wenn es dir gefallen hat. Das ist für dich nur ein kurzer Klick, für mich aber sehr wichtiges Feedback. Bis bald zum nächsten Mal.